Musik 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 Das Spiel kann ich nicht ohne spielen Nein Oh Auf'n Drop Holy Shit Auf'n Drop So sick Oh mein Gott Oh mein Gott Holy Monat Come on Ich hatte nicht so viel Boost Oh Ja aber egal was du machst Du bist immer ein Nachmacher von irgendwas Ich los spring? Ich spring okay, ich fliege Ja Noch ein Willkommen GG Wow Und willkommen zu Rararockety Zusammen mit Fufu Ja Und Maxify Bye Das bin ich ja Und Leute Fufu und ihr spielen heute auf Smurf Accounts Ja wir haben Smurf Accounts Einfach nur damit wir ein bisschen mehr chinkern Und nehmen wir ein bisschen besser reden können Und wir geben am Ende einfach immer auf Sodass es nicht so unfair ist Richtig Ich denke das ist Ja ich denke das ist ganz fair Ja Erstes Thema okay? Boah Okay Erstes Thema ist Machen wir Machen wir YouTube YouTube? Okay Ja Womit willst du bei Holy shit Wir fangen einfach mit dem Anfang an wo wir uns kennengelernt haben Oder warte wie wir angefangen haben mit YouTube How about that? Wie wir angefangen haben? Ja was waren so deine ersten Videos? Meine Ersten Videos Ja Waren Gmod Äh Heide Ne nicht Gmod Nice Du hast sehr viel Gmod gespielt am Anfang Ich war ja Da ich ja keine Freunde hatte Ähm Habe ich anfangs Far Cry und GTA gemacht Ne? Weil was will man großartig ohne Freunde auch machen? Links Ach ich warte höher hauen Äh by the way Leute wir verlieren extra am Ende immer Weil das ist ranked und wir wollen äh Ja Ist das der Laub? Ist das eigentlich erlaubt was wir machen? Ich glaube nicht ganz oder? Bitte meldet uns nicht Leute wir haben euch lieb Okay Bestimmt wir haben wir uns kennengelernt wofu Tut mir leid ich hab gejockt gerade Das war Ja Das war Jemand hat mich eingeladen Ich glaube da hast du irgendjemanden gefragt Ja Hey kann ich mit dir aufnehmen Dann kam er zu mir Hey Ich hab dich nur gefragt Ich hab gebettet Das weiß ich nicht Also ich hab gebettet Ich hab gebettet wochenlang damit er mit mir spielt weil ich keine Freunde hatte Ich weiß er kam zu mir hey ich hab hier drei Leute waren das glaube ich insgesamt Ja Und die waren ein bisschen Gmod und hast du Bock und ich dachte ja warum nicht Und so lernt man ja neue Leute kennen und Oh man Und deswegen bin ich da mitgemacht und dann dachte ich zuerst Maxi ist so mega der Assi Ja verständlich Aber das war dann jemand anders dann am Ende Ich bin nämlich kein Assi ich bin ein netter Dino Ja Wofu alles okay Ja Corona sorry Oh Corona hat in Okay Wofu das kommt jetzt kommt ein heftiger Pass Ich bin da Okay Okay Ich trage ihn zu dir Moment Ich hab voll gejobbt Ähm Ja Es hat sich herausgestellt ich bin kein doofer doof Dino Ich bin ein netter Dino Weil solche Genau Ich benutze nämlich keine Schimpfe der großartig Ich benutze vielleicht so Fusselbirne ein bisschen Oh warte Ah Na Hätte ich nicht berühren dürfen Ich glaub nicht Ich glaub auch nicht Weiß es nicht Egal die haben Tor verdient wir haben gejobbt Ja Ich benutze Fusselbirne Arschkuh Doofkuh Doofzieger Und dann wurde es ja immer mehr Ja Und dann kam irgendwann das Spiel Was uns zum lila rosa fuchs und zum grünen Dino gemacht haben Das Spiel hieß nämlich Wer hat es gedacht Gangbeast Gangbeast Ja Bestimmt Gangbeast war dann so Wofu wollte mit wem anders eigentlich spielen Beziehungsweise die hatten geplant so viel zu spielen aber der eine konnte nicht Und Da der eine nicht konnte Oh der geht oder Ne der geht auch nicht Der war aber scheiße Da der eine nicht konnte wurde ich dann gefragt Ich hatte dann kaum Zeit Und hab dann einfach ganz schnell weil ich kaum Zeit hatte den grünen Dino genommen Ah ne ich hatte den blauen Dino gehabt eigentlich Blauer Dino Aber da die Farbe blau stimmt Nein ich wollte nur blocken Da die blaue Farbe vergeben war wurde es zum grünen Dino einfach Und ja so bin ich zum grünen Dino gekommen by the way Er hat gemisst Ja das ist die Story Leute jetzt wisst ihr es Neues Thema oder Nein 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 War es das zu YouTube oder wollen wir noch mehr Ich war nicht da Hab ich gesehen Hast du gemerkt Wir machen jetzt Thema ein bisschen weiter jetzt Schwung mal ein bisschen nach vorne Sagen wir zum Beispiel Hättest du jemals gedacht dass du die Abonnentenzahl erreicht die du erreichen wolltest Die ich erreichen wollte? Ja Ich hab's ehrlich gesagt gar nicht wegen dem Grund auch angefangen Ja eigentlich Sam Obwohl doch ich wollte schon erfolgreich sein Ein bisschen Ja klar ich glaub das will jeder Ja Aber ich hab's nie erwartet Ich hab einfach angefangen Und als dann halt mal auch Feedback oder so zurück kam Hat's halt richtig Spaß angefangen Spaß zu machen und dann Hat man immer mehr gemacht Was mein Vorbild war halt immer Als ich mit YouTube angefangen habe war mein Vorbild ganz klar PewDiePie Ja warum weißt du das? Weil du das schon zehnmal gesagt hast Psch 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 das wissen die Zuschauer ja nicht Das hab ich dir schon zehnmal gesagt Achso ja Ich kenn dich halt so gut Maxi Ich wusste das Oh Ich hab gechokt aber extra damit wir verlieren Äh ja PewDiePie war halt mein Vorbild und ich wollte halt auch so Videos machen wie er und so alles aber Nein ich dann irgendwie nicht Reaction Videos? Das nicht ganz Früher hat er keine Reaction Videos gemacht Aber ähm Er hatte immer Facecam ich wollte auch Facecam und so machen Hab 10.000 Abos hab's dann aber nie gemacht Wollen wir aufgeben? Lass die mal ein Tor machen dann fühlen sie sich besser Okay Ja also äh zu dem Punkt Hätte ich gedacht dass ich jemals so viele Abonnenten erreiche Nein Er träumt hab ich's mir aber ich hätte es niemals erwartet Das war halt so ein Traum weißt du so die Abonnenten Eine Million Abonnenten zu erreichen war so Niemals im Leben Mhm das wird nichts Weißt du Man hat sich das ein bisschen erwünscht aber Als man so seine ersten 1000 Abos erreicht hatte wie bei mir war es so nach 6 Monaten Da dachte ich mir so Wie zum Kuckuck soll ich jemals zu der eine Million kommen das geht gar nicht Egal Yolo Und jetzt bist du so kurz davor Ja Und das Ding ist auch Ich habe Und ich bin ganz unten geblieben Ich hab du Man weiß ja wüssten die Leute eigentlich dass du anfangs viel größer warst Also okay was heißt viel größer aber du warst Viel größer Du warst anfangs größer auf YouTube als ich Eigentlich war jeder mit denen ich Ne ich glaube ich war ein paar hundert Abonnenten Du hattest früher 5000 Abonnenten ich hatte 800 Ne Doch 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 So groß war der Unterschied nicht Du warst ein riese Fufu Und der andere hatte 13.000 Abos gehabt Ich war so ein kleiner Butchi Und äh Dufix hatte 22.000 Ne ich glaube wir waren bei Nein Und ich war bei 2000 als ich dich kennengelernt habe Okay äh Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wo ich jetzt aufgehört habe zu reden Was mein letztes Thema so war Ähm Deswegen Wie wir uns kennengelernt haben Ja ja klar aber noch was anderes glaube ich Ich bin mir nicht mehr sicher Oh man wie kann man sowas zu schnell vergessen Ach man wir hätten doch gehabt Oh stimmt jetzt weiß ich glaube ich was zu sagen warte ich habe einfach sechs Monate gebraucht Für 1000 Abos Dann habe ich wiederum glaube ich sechs Monate gebraucht Für 10.000 Abos Und dann ein paar Monate gebraucht für 100.000 Dann ging es halt immer schneller Dann kam Shellshock Dann kam Irgendwann Ab 300.000 Abos kam dann Fortnite dazu Ja bei dir Fortnite hat dich halt mega gecarriert Nein kein bisschen Quatsch Äh Fortnite hat mich nicht gecarriert Ich habe Fortnite gecarriert Alter Und wir haben es nicht gespielt wegen dem Hype Sondern wegen dem Placement Ich weiß nicht ob es das großartig besser macht Ne ich finde es immer schlimm wenn Leute nur wegen Hype auf irgendwas aufsteigen Ja true Also wenn Ich kann es halt verstehen okay hey hier In vielen gefällt das Man probiert das halt mal aus Aber man sieht halt so YouTube mäßig So viele machen einfach nur das was noch gut ankommt weil Aber was denen gar keinen Spaß macht Ja das machen sehr viele Vor allem jetzt durch Fortnite und so gibt es so viele krasse Trash YouTuber Holy shill Die einfach Fortnite und so bringen einfach nur Was damit schnell Geld machen können Es sind so viele aus den Löchern gekommen Das ist so eklig ne Und das finde ich halt schlimm Ja Okay Thema haben wir jetzt abgeschlossen oder Man kann glaube ich noch so viel mehr und detaillierter in das Thema YouTube reingehen Wie krass YouTube auch ein mental fertig machen kann Weil bei mir war es zum Beispiel auch früher so da ich nur ein Kanal hatte und man Ich habe nur einen Ja aber ich habe teilweise pro Woche nur ein Video hochgeladen Und habe halt so viel Arbeit in ein Video reingesteckt Da musste ich halt ein über krasses Thumbnail haben Und es sollte nicht kein schlechter Clickbait oder so sein sondern Kein böser Clickbait so wüsste ich meine man sollte das Video klicken aber Man sollte jetzt nicht denken dass ich die Leute krass irgendwie verarsche mit dem Thumbnail Verständlich? Ich glaube Auf jeden Fall Ich glaube jeder kennt irgendwie die ganzen Gammel Thumbnails plus Titel Die gab absolut nichts mit dem Video zu tun haben Hatten sie bei mir immer gehabt Ich wollte meine Thumbnails auch immer super schön immer machen Und es war halt einfach immer so ein Stress Weil man hatte nur ein Video was man pro Woche teilweise rausgehauen hat Und das Video musste dann recht gut ankommen Damit der Channel nicht stirbt Weil jetzt ein Video nach dem anderen Die Videos müssen halt nacheinander immer Oh schade Gut ankommen Weil wenn ein Video schlecht ankommt und das andere auch schlecht ankommt Irgendwann werden die schlechter gerankt und so Ja das habe ich ja jetzt gerade bei meinem Channel Habe ich auf meinem MEN Kanal auch Die meisten glaube ich nicht wissen Oh warte den Pflicht Nee Pflicht gar nicht Äh YouTube hat vor kurzem mir Dashboard erneuert Und zwar sieht man jetzt pro Video Jedes Mal wenn man sein YouTube Studio öffnet Äh Sieht man grüne und rote Zahlen Unglaubt mir Leute Grüne und rote Zahlen können einen fertig machen Weil man nicht weiß was man falsch macht Man sieht teilweise grüne Zahlen Denkt sich so okay gut Freut mich Warum Warum Mögen vielleicht Leute das mehr Und dann lädt man zum Beispiel ein Video hoch Rote Zahlen Denkst du so Warum kommt das jetzt nicht so gut an Und alles rot Und du denkst du so Darf ich das jetzt nicht mehr bringen Kommt das so schlecht an Das war bei mir zum Beispiel letztens so Ich lade ein Video hoch Minus 50% Aufrufe und so ein schöner roter Pfeil nach unten Überall Minus 50% Ich lade noch eins hoch Überall wieder minus 50% Ich lade nochmal eins hoch Minus 75% Ich denke mir so Hä? Warum? Und das war bei mir so lange Irgendwie Und jetzt ist es halt wieder mitbestimmten Weil wenn deswegen meine ich ja man muss hype machen oder man sieht halt immer nur scheiße Weil mein neuestes Video von wie es angekommen ist richtig gut von den Leuten gefühlt Also ich habe ja auch keine super Statistiken Ich sehe View Time Ich sehe Like Ratio Alles super gut Aber dann kommt so Nö YouTube Wir zeigen es einfach nicht an Nö mögen die Leute nicht so gerne Leute werden jetzt in die Kommentare schreiben Achtet nicht so auf die Zahlen und auf die Pfeile Ich würde das gerne deaktivieren Ich habe einen YouTube Mitarbeiter angeschrieben und gefragt ob man irgendwo diese Statistik Dings da deaktivieren kann Weil man Es ist normal dass man ab und zu in seine äh In sein Dashboard reindrückt Weil man muss ins Dashboard reingehen um die Videos zu bearbeiten Um einen Titel auszuwählen Und jedes Mal wenn man das Dashboard drauf drückt sieht man die roten Zahlen Jep Man kommt halt nicht drum herum Und man sieht es in das Feld ins Auge und das tut halt immer wieder weh Aha Die zerstellen uns jetzt Aber nicht schlimm Die reden ja einfach nur eigentlich Aber das ist richtig schlimm gerade Ich wüsste auch gerne einfach warum die dann nicht angezeigt werden Ja So okay Äh Neue Runde Wir haben extra verloren Yay neues Glück Ähm okay Ich weiß gar nicht ob es sich noch lohnt großartig mit anderen Themen anzufangen Pinch Das Thema was wir jetzt schon Das Thema ist jetzt schon super lang Äh ich erzähle jetzt einfach noch ein bisschen was drum herum gerade was bei mir so passiert Aber bei mir passen ja auch ein paar Dinge und zwar Ähm Wollte ich gegen den ersten vierten eigentlich auswandern nach Madeira zu unserem geliebten König Unge Aber durch Corona Oh Corona Time klappt das Ganze nicht Nur wegen Unge ne Nur wegen Unge bin ich umgezogen Jaja ich wollte ein äh ich wollte Unge Unges Hype äh Nein Wegen dem Wetter und wegen Steuern Hehehe Warum bin ich dafür geflogen Keine Ahnung Mein Kopf ist so matsch Ja same Ähm Auf jeden Fall das mit äh Madeira wurde nichts Ich hab da zwar eine Wohnung schon seit dem ersten dritten Also seit dem ersten März zahle ich für eine Wohnung da Geld Obwohl ich da nicht hin kann Also sprich jeden Monat zahle ich 1150 Euro Für nichts Voll geil Und Ich muss jetzt äh Am achten wird mein Internet in meiner Wohnung umgestellt Sprich Ich muss Ich hab mir ja vor Also ich hab mir vor kurzem ein Haus gekauft Dank dem V-Bucks die ich dann noch auf mein Konto hatte Oh mit dem Gate Äh mit dem Haus Äh 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 was weiß ich Äh 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 Ich bin schon fertig Es ist äh 23 Uhr Okay Ähm Äh äh Mein Brain ist aber auch komisch Ja mein Brain ist richtig tot gerade Megamach Ähm Ähm Ja ich hab mir ein Haus gekauft Vor ein zwei Wochen Und in das Haus muss ich jetzt erstmal einziehen Mit meiner Familie Vorwort drauf Go Und Go Oh Mann Fufu Das Haus ist halt so absolut null fertig Das Haus ist von 1960 und da hat eine Oma gewohnt Nein Also ihr könnt euch glaube ich vorstellen wie altmodisch der Schinken aussieht Und da muss ich jetzt erstmal den nicht reinziehen Und muss halt alles einrichten Alter ist halt nichts Es ist so schrecklich Mein ganzes Zimmer muss ich einrichten Ich werde dann wahrscheinlich auf dem Boden schlafen Bist du da? Oh ich bin doof gefroren Und Ja Also Ist grad echt Bei mir ist halt wegen Umzug gerade alles so stressig Das frisst so Nerven Dann habe ich noch ein paar Geheimprojekte an denen ich arbeite Fressen auch Nerven Dann drei Kanäle Frisst auch Nerven Logischerweise Weil ein Kanal Kann schon richtig Die Nerven fressen Und wenn man davon drei hat Dann frisst es dreimal die Nerven Wenigstens hast du einen Cutter Ja und ich habe drei Kanäle Du machst noch nichts mehr selbst Klar mache ich noch was selbst Was je Ich könnte niemals auf drei Kanälen Videos machen Das geht gar nicht Das ist so möglich Außer ich mache Let's Plays auf jeden Kanal Wo ich fly in die Air ne Wir haben euch eigentlich die Videos äh die Nein ich habe keinen Kopf gehabt Die Shots am Anfang Die Shots am Anfang des Videos Wie haben es euch gefallen Leute Die waren by the way On streamen Folgt mir auf Twitchyhoo Max is flying hey Und warum nicht mir Weil du schon nicht streamst Und du hast nur einen Kanäle Und nicht mal da lädst du regelmäßig hoch Ich habe aber bald einen zweiten Oh ha Nooo Was ich machen heute Nein Was ich machen wollte Puffo Ich glaube ich habe den einen Ein bisschen Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Und dann Äh Komm ich ran Auf Puffo Du machst einen zweiten Kanal auf Was willst du dir da bringen Ich werde reden So wie jetzt gerade in den Videos Mäßig Also machst du mir nach Nur über Ja ich mache dir nach Nur über bessere Themen Würdest du sagen dass meine Community schlechte Themen in die Kommentare geschrieben hat? Nö. Ja, das sind deren Themen. Aber ich nehme YouTube-Themen mehr. Wie? Was auf YouTube passiert. Viel mehr. Nicht so was Allgemeines zu sagen. Ich werde da so ein richtiger Talk-Channel. Oh, cool. Und dann mache ich da Leute fertig oder nö. Also mein Blogger. Also fertig nicht. Meinungsblogger. Mindblocker. Oh Mann, ich... Fufu, denken ist halt... Mindblocker. Wow. Machst du mich gerade fertig? Ich will nicht mehr mit dir spielen. Okay, GG. Du bist doof, Fairy, Alter. So, Fufu. Ich würde sagen, das war es mit dem Video, oder? Wir haben eigentlich nur über YouTube geredet, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, wo wir noch was geredet haben, aber YouTube war auf jeden Fall mein Punkt. Man kann über YouTube so viel reden. Ja, YouTube macht dann wirklich... Man mag es kaum glauben, aber YouTube kann einen wirklich mega fertig machen, weißt du? Ich würde lieber so einen Podcast teilweise machen, als nebenbei noch Rocket League zu spielen. Weil wenn man nebenbei ein Spiel spielt, dann ist man mit den Gedanken beim Spiel eigentlich. Ja, das will ich ja... Ich will ja richtig drüber reden. Ich glaube, ich mache noch einen neuen Kanal auf. Mixis Podcast. Und dann hole ich mir YouTuber und mit denen rede ich dann. Podcast 2. Podcast 2. Nein, das wird niemals los. Und Fufu, du gehst schon wieder raus einfach. Es tut mir leid. Ähm, ja. Aber du warst mir zu mobsig. Danke. Ja, was soll ich noch großartig sagen? Das war's mit dem Video. Nächstes Mal im Video werden wir über Schule und so, glaube ich, mal reden. Thema Kindheit. Und ich wollte vielleicht ein Video mal machen, ähm... Grow My Life, Wufu. Das wollte ich vielleicht machen. Alter, da bist du aber spät für. Ja, aber ist doch egal. Ich mache ja YouTube nicht für Hype. Ich mache keine Hype. Ich glaube, ich habe mir ein... Ein einzeln... Ein... Fufu, komm zum Punkt. Ein einziges Draw My Life. Ja, meins müsst ihr aber dir auch angucken, oder? Kenn ich das nicht schon? Nein? Ich habe noch keins gemacht. Hm. Egal. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr gerne Luft einatmet, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr gerne Wasser trinkt, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr gerne... Fufus Namen ausspricht, lasst einen Like da. Oder wenn ihr gerne eure Hunde streichnet, lasst einen Like da, Leute. Und wenn ihr es noch nicht wusstet, wenn ihr manchmal hin und her schaut mit den Augen, lasst einen Like da. Und ja, links kommt ihr zu Fufus oder meinem Main-Kanal oder meinem Drittkanal. I don't know. Und rechts kommt ihr zu den letzten Rocket League-Video. Rocket League. Machst du mich gerade nach? Raw Raw Rocket League. Raw Raw Rocket League. Kann so... Ich kann tiefe Stimme nicht machen, ne? So, bis zum nächsten Video. Bye, bye. What the fuck, Maxi? Was denn? Tut mir leid. Hat dir jemand Gehirn gescheißen? Ich glaube schon, ja. Heute schon. Ja. Bye, bye, Leute. Sag bye, Fufu. Bye, bye. Danke. Again.